Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Irgendwann spielt This War of Mine Folge Nummer 2. Ich hoffe, dass das mit der Aufnahme klappt. Das ist meine größte Sorge aktuell, denn technisch lief hier schon einiges schief, aber ich bin froh und mutig, dass wir jetzt zusammen in Tag 2 starten können. Über Pablo wissen wir, dass er hungrig, leicht krank und müde ist. Wir wissen aber auch, dass wir richtig gute Medizin haben, die er nutzen kann. Im Gegensatz zu Bruno, der leicht verletzt ist, der braucht Bandagen. Er ist auch hungrig, hat schlecht geschlafen. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist ein Herd bauen. Einen primitiven Herd, mit dem wir dann in der Küche idealerweise Essen zubereiten können. Essen, das nahrhafter ist, als es roh zu verzehren. Wir haben sogar viel Fleisch, ein Gemüse, da geht einiges. Und wenn wir genügend Rohstoffe haben sollten, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass wir sagen, wir machen gleich den Advanced Herd. Der Advanced Herd braucht weniger Wasser, weniger Rohstoffe, um Nahrung zuzubereiten. Und ist eine langfristig gute Investition. Wir bauen außerdem ein Bett. Das Bett stellen wir direkt hier hin. Das ist immer so die Frage, wo stelle ich das Bett hin? Aber hier ist es von mir aus am Anfang am besten. Wir haben hier ungenügend Platz für weitere Sachen, wie zum Beispiel dann ein Destillateur, um dort dann weitere Produkte herzustellen. Während es natürlich auch viel dafür spricht, hier oben ins Schlafzimmer sozusagen die Betten zu stellen. Aber es ist immer so ein unglaublich weiter Weg, bis sie da oben sind, sich hingelegt haben zum Schlaf und ist eine Stunde in Game Time verloren gegangen. Das müssen wir nicht unbedingt machen. Schauen wir mal, ob man den Herd mit dem, was wir haben, upgraden können. Das fehlen leider zwei Teile. Das ist blöd. Vor allem, wir gucken mal, ob wir hier im Haus noch ein bisschen was finden. Er kann es schon mal hinlegen. Wir hoffen jetzt darauf, dass wir in diesem Schrank noch zwei Teile haben. Sonst habe ich gesehen, oben, oh, zwei Diamanten. Auch okay. Aber nicht das, was wir gesucht haben. Wir können außerdem noch hier unten hin. Mit Marco und er soll hier oben gucken, dass er den Rest dieses Haufens wegschippt. Bevor wir dann den Herd upgraden. Ist schon auf. Man geht doch durch. Bevor wir den Herd upgraden und was zum Essen machen. Zum Spielen ein bisschen. Ich finde diesen Art-Style wirklich sehr beeindruckend. Das ist, wie gesagt, zweieinhalb D. Wir haben die 2D-Perspektive. Es ist aber, die D-Engine ist natürlich 3D. Oh, sehr gut. Wir haben Verbandsmaterial. Bisschen Wasser, paar Bücher. Immer noch keine Teile, aber mit dem Verbandsmaterial können wir Bruno wieder fit kriegen. Das wird ihn freuen, hoffe ich, wenn er dann wieder am Start ist. Bevor wir eh was anderes machen. In dem Spiel ist es außerdem so, dass wir im Winter Kälteeinbruch haben. Hier oben seht ihr, dass wir gerade bei noch 20 Grad am Tag sind. Und wenn das einbricht auf weniger als 17 Grad, werden schnell alle krank. Da kann man dann gegenwirken, indem man dann Öfen baut und dann auch wieder die verbessert, damit man weniger Holz braucht oder Brennmaterialien, um hier warm zu halten. Und das ist auch so eine Game-Mechanik, die ihr ja auch aus zum Beispiel Don't Starve kennt. Dass es am Anfang alles gut ist und dann musst du ganz viele Rohstoffe investieren, um mich warm zu halten, um dann eben nicht zu erfrieren oder andere Malus in Kauf nehmen, in Kauf zu nehmen. So gern ich hier jetzt noch weitere Medikamente finde, ist es doch tatsächlich so, dass ich mich über zwei Teile ungemein freuen würde. Wenn wir die nicht finden, dann lasst mal die Leute... Braucht man dann trotzdem oder wartet mal bis morgen? Zwei Dietrische, zwei Wasser, zwei Bücher. Geht so. Unser Koch wird sich erst mal verarzten und hoffentlich dann auch zum Schlafen kommen. Anstatt, ja dann würde ich sagen, warten wir bis morgen mit dem Kochen. Ein Tag Hunger können sie noch leiden, während wir anfangen, hier schon mal die ersten Sachen zu bauen, um weiter im Spiel voranzukommen. Aktuell ist es so, dass wir mit einer Person plündern, eine steht Wache und eine Person schläft. Daher brauchen wir aktuell auch nur ein Bett. Wir können dann darüber nachdenken, ob wir noch ein weiteres Bett bauen, um tagsüber mehr schlafen zu können, weil die Personen die plünderten Wache, die beiden Personen die plünderten Wache stehen, müssen eben auch schlafen. Und das dann immer so, immer dafür zu sorgen, dass es praktisch reihum geht, ist auch relativ micromanagementintensiv. Ich würde vorschlagen, wir schauen mal, worauf wir uns spezialisieren. In der Regel ist für mich, wir haben uns fehlen drei Waffenteile, um ein Messer zu bauen oder ein Messer herzustellen. Mit dem können wir uns verteidigen und ist auch sehr gut, um sich zu verteidigen, wenn nachts jemand überfallen wird. Wir können aber auch unsere Metallwerkstätte verbessern. Da fehlen uns zwar die Teile dafür, aber wir könnten dann eben eine Axt oder ein Sägeblatt herstellen. Und von dem Sägeblatt wissen wir ja, dass wir das brauchen für das Haus, bei dem wir gerade waren. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das das Erste ist, was wir machen. Wir können also unsere normale Werkbank auch verbessern. Das können wir jetzt schon machen, mit dem wir mehr Lebensmittel, Medikamente oder Handelsbeherrungen kommen. Wir können sie weiter aufwenden, um elektronische Verbesserungen herzustellen. Und das werden wir auch machen. Bisher habe ich immer, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, den Destillateur gebaut, Schnaps gebrannt und über den Schnaps dann auch noch Bandagen hergestellt. Diesmal würde ich aber unglaublich gern mal den Kräuterweg gehen, so nenne ich ihn mal, über den man dann eben zum Beispiel Tabak herstellen kann, aber eben auch sein eigenes Gemüse anbauen. Und ich glaube, dass das the way to go ist. Denn wenn wir autark Essen haben, dann sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn wir genügend Essen haben, um alles zu versorgen, müssen wir uns darum keine Gedanken mehr machen. Und wenn wir genügend Essen haben, um alle vier Tage erst noch zu traden, kommen wir darüber eben auch an genügend Brennmaterial zum Beispiel, wenn es denn dann in den Winter geht. Er schläft gar nicht mehr. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich am Anfang schon mal wieder falsch geplant. Denn ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn jemand dann nicht mehr müde ist, dass er aufsteht, aber da Pavle leicht krank ist, wird er sich den ganzen Tag im Bett rumlungern. Und das bedeutet aber auch, dass Marco, der müde ist, und Bruno, der müde ist und schlecht geschlafen hat, nicht zum Schlafen kommen, morgens sehr müde sein werden und den ganzen morgigen Tag ausfallen. Wir werden heute Bruno ins Bett schicken. Pavle muss, können wir noch ein Bett bauen? Das weiß ich nicht. Da fehlen zwei Holz. Pavle muss dann eigentlich Wache stehen, oder aber wir riskieren, dass keine Wache steht. Und Marco muss leider Gottes nochmal plündern gehen. Und zwar in das Haus, in dem wir schon waren. Diesmal wissen wir, dass wir leider keine Pressstange brauchen. Wir haben schon alles aufgebrochen, müssen es auch nicht verteidigen. Wir beenden den Tag, schicken Marco plündern, und Bruno geht auf jeden Fall ins Bett. Und wir machen volles Risiko. Wir lassen Pavle schlafen, in der Hoffnung, dass er morgen dann gesundet ist. Wenn wir überfallen werden, dann werden wir überfallen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich nochmal jemand verletzt beim Überfall und uns werden halt ein, zwei Sachen geklaut. Aber aktuell stehen wir so gut da, dass wir es leisten können. Das ist mir wichtiger, dass die Leute wirklich, ja, morgen topfit und einsatzbereit sind. Wir waren schon im Zerstörer- und Wohnblock. Ihr seht, der Militärstützpunkt ist dazugekommen. Der Militärstützpunkt ist sagenwoben in This War of Mine. Wir können da traden. Die Soldaten haben gerne Alkohol, aber es ist auch unglaublich aggressiv. Man könnte da nicht reingehen und irgendwas rausholen. Man könnte da wirklich noch traden. Aber es gibt auch Hardcore-Spieler, die dann mit einem Messerbewaffnet die ganze Armee ausschalten und sich dort mit Waffen und sonst was eindecken. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin total ablusen. Ich bin dann rein nervlich nicht dafür geschaffen, das durchzuziehen. Das können wir uns überlegen, da mal als Bonus zu machen und zu schauen, wie weit wir da kommen. Schlafschützenkreuzung hat etwas Lebensmittel, eine große Menge Materialien, ein bisschen Medikamente, aber auch Gefahr. Denn dort ist es so, genau, das Stadtzentrum, dort können wir auch traden. Wir haben zwei Trading-Posten sozusagen freigeschaltet bekommen. Und da ist es aber nicht immer sicher. Mal kann man hin, mal nicht. Das ist mir jetzt alles noch viel zu unsicher. Deswegen gehen wir mit dem leeren Rucksack in unser Haus, in dem wir schon mal waren und schauen dann, dass wir außerdem noch für das nächste Mal einfach Teile, 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 Holz, Holz. Alles andere ist mir jetzt gerade egal, denn wir brauchen das, um weitere Betten zu bauen und was war es noch? Betten und eine Kräuterbank und so weiter und so fort. Das hier können wir gebrauchen. Alles andere lassen wir liegen. Womit, wir können jetzt hier das mitnehmen und alles an einem Platz legen. Dann ist dieser Stash, dieses Geheimversteck schon mal weg. Das hat den Vorteil, dass wir dann jedes Mal drei, vier verschiedene Dinge uns angucken. Deshalb lege ich das jetzt zurück, aber ich nehme liebend gern das Holz mit. Auch das hier können wir gut traden. Wir hoffen mal, dass der Händler zu uns ins Haus kommt auch alle paar Tage an Händler. Oftmals ist es so, dass man sehr sehnsüchtig auf diesen Händler wartet, weil man eben noch zwei Teile braucht, um dann richtig durchstarten zu können. Und der hat sie. Wir hoffen mal, wie viele Teddybären können wir denn stacken? Das will ich jetzt schon wissen. Ich will schon wissen, ob wir die stacken können. Dann wird es sich vielleicht schon lohnen. Sonst ärgere ich mich. Drei. Ich nehme es mal mit und gucke weiter. Die können wir gut traden, wenn er kommen sollte. Außerdem haben wir hier oben nur noch ein weiteres Versteck. Ein weiterer Trümmerhaufen, den wir mitnehmen können. Dann müssen wir auf ein Holz verzichten. Eins von den Teilen lassen wir hier. Da ist mir das eine Stück Holz wichtiger tatsächlich aktuell. Wir kommen aber nochmal zurück und holen das auf jeden Fall. Dann sind wir gut ausgestattet. Würde ich behaupten wollen, haben den Teddybären auch noch dabei. Und rein zum Ausgang. Der Rucksack ist voll. Das ist alles sehr sicher hier. Wir merken uns aber, wenn wir nochmal herkommen, können wir nur noch Kleinzeug mitnehmen. Wenn wir hier noch mehr einsacken wollen, dann nur mit Sägeblatt. Deshalb ist es auch, glaube ich, ratsam, wenn wir in der nächsten Nacht wieder woanders hingehen, um neue Teile und Holz zu holen. Das ist, wie gesagt, die wichtigste Währung gerade am Anfang. Tag 3. Die Aufnahme läuft, so wie es aussieht. Sehr gut. Und sind wir überfallen worden? Bitte nicht. Ah, wir wurden tatsächlich ausgeplündert. Mal gucken, was uns das gekostet hat. Drei Fleisch und fünf Wasser. Die Nahrung tut sehr weh. Keiner von uns wurde verletzt. Das ist doch schon mal gut. Nahrung können wir ersetzen. Das ist ja auch unser Way to go. Aber immerhin ist jetzt keiner verletzt worden. Ich hoffe mal, das gucken wir noch. Marco ist sehr müde. Und Bruno ist hungrig. Bruno hat schlafen können. Marco schläft zweimal. Und du brauchst dir dein eigenes Bett. Und das war es für diese Folge. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zum nächsten Tag da wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Euer Egon Sonn.